MCP schreitet weiter voran und wir sehen eine weitere Funktion. Außerdem stoppen wir uns das Orxer-Event nochmal ganz genau an und ich erzähle euch ein paar Sachen, wie meine Wahrnehmung war, zu dem Event. Außerdem gibt es ein positives Announcement zum Thema CGC und auch Vivi. Das und noch sehr viel mehr jetzt im Video. Starten wir als erstes in das Master-Collector-Programm rein, denn hier wird es nämlich nun bald eine neue Utility geben. Denn man kann nämlich bald jetzt auch seine Punkte für Collectible Drops nutzen, um dort seine Chance zu erhöhen, diese zu bekommen. Und ich würde sagen, diesen Artikel schauen wir uns mal ganz kurz an. Im Prinzip das Wichtigste, um hier zu wissen, was es mit dieser Warteliste auf sich hat, beziehungsweise mit den MCP-Punkten, die man dann nutzen kann, ist, dass man hier im Prinzip zu dem Zeitpunkt, wo man sozusagen diese Punkte einsetzt, im Drop die Möglichkeit hat, jederzeit das Ganze zu erhöhen oder zu reduzieren. Sollte man den Drop bekommen, dann werden die Punkte natürlich abgezogen. Sollte man aber keinen Drop bekommen, trotz dessen, dass man die Punkte gesetzt hat, werden diese Punkte nicht abgezogen. So, meiner Meinung nach hier auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt und gut durchdacht. Und der erste Test-Drop dafür steht auch schon fest und das Ganze ist X-Men Hashtag 12 aus dem Jahre 1963. An dieser Stelle sogar ein gar nicht mal so unspannendes Comic, da wir hier nämlich die First Appearance von Juggernaut haben. Unter anderem wird dieser Drop am 30. Januar, das heißt am Dienstag um 17. deutscher Zeit, droppen und das Ganze hier einmal mit diesen Covern. Das Ganze ist außerdem eine Limited Edition, was nicht so ganz zutrifft, das zeige ich jetzt euch aber gleich, warum. Das sind einmal die exklusiven Rare wie auch Ultra-Rare-Cover, die finde ich persönlich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Erst recht hier auf jeden Fall die Ultra-Rare. Schauen wir uns nun aber hier auf jeden Fall den weiteren Drop einmal an. Hier, wie auch schon erwähnt, der Drop will be a test for MCP Priority Billing. Das heißt, das Ganze ist im Prinzip wie ein erster Testlauf. Das heißt, hier können auf jeden Fall Probleme aufkommen. Ansonsten wird das Ganze einen Listenpreis von 10 Gems haben, eine Editionzahl von 10.000 Stück. Also hier auch nochmal, das ist keine Limited Edition meiner Meinung nach. Ich finde es komisch, dass sie es so betitelt haben. Wie auch immer, es sind auf jeden Fall 10.000 Editions hier. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall natürlich auch die First Appearance, wie gesagt, von Juggernaut mit dabei. Und das Ganze ist auf jeden Fall meiner Meinung nach kein schlechter Drop, wie man auch an den Go-Collect-Daten sieht. Denn hier haben wir nämlich in der 9.8, klar haben wir nur zwei Grades, trotzdem 43.000 das letzte Mal hier in 2019 verkauft. Ansonsten eine 9.6 haben wir für 34.000 insgesamt, wenn man auch weiter runter scrollt. Sieht man, auch bei den Lowering Grades ist es nicht gerade günstig, hier auf jeden Fall etwas zu bekommen. Dementsprechend für mich persönlich auf jeden Fall, ich werde das Ganze mitnehmen, einfach mal auszutesten, wie das Ganze denn eigentlich mit dem MCP Priority Bidding funktioniert. Der Drop selbst wird wahrscheinlich nicht ausverkauft sein. Es ist nichtsdestotrotz meiner Meinung nach hier mit diesem Drop auf jeden Fall eine super Sache, dass sie hier eine große Anzahl sozusagen von Editions gemacht haben, um sozusagen einfach den Leuten es freizustellen, ob sie jetzt das Ganze nutzen wollen mit den MCP-Boken oder nicht. Ich denke, viele werden es einfach probieren, um hier zu schauen, ob das Ganze so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Im Endeffekt aber auf jeden Fall einen Drop, den man mitnehmen kann, aber nicht muss. Kommen wir nun zum Event in Oxea. Ich habe viele Leute von euch dort getroffen und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, so viele neue Gesichter auch teilweise getroffen zu haben und dementsprechend kann ich einfach nur sagen und es erneut und immer wieder sagen, kommt zu diesen Events, es ist wirklich nicht nur einfach Vivi. Und das sollte man auch hier, glaube ich, nicht vergessen, denn es sind auch die Menschen selber, die Community selbst, mit denen man sich austauscht, Freundschaften sich sogar aufbauen, beispielsweise jetzt hier mit den Jungs, die ich jetzt hier alle im Bild habe, Fadi, Donjon Solo, Instinct und auch Colt. All die habe ich natürlich auch öfter schon gesehen, bis auf Enrico. Und es ist jedes Mal einfach ein schönes Wiedersehen. Man kann sich austauschen über private Dinge natürlich, aber auch über Vivi, wenn man nicht allzu privat werden möchte. Aber ich kann einfach nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das habe ich auch von vielen, vielen Leuten bestätigt bekommen, dass es ein wirklich tolles Event war. Zum Beispiel von Enrico habe ich auch sehr Positives gehört. Es war auch für ihn das erste Event mit der Community und er war wirklich begeistert. Und dementsprechend kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, falls ihr die Zeit habt, falls ihr das Geld habt, kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Es ist wirklich eine fantastische Community und wir waren insgesamt über 25 deutsche Community-Member, die in OXEV vor Ort waren, was wirklich eine erstaunliche Leistung ist. Wir waren teilweise sogar mehr Leute als die Franzosen, was natürlich auf der einen Seite traurig ist und wir sind wie die Franzosen, auf der anderen Seite aber auch zeigt, wie verdammt stark wir als deutsche Community sind. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen, der auf jeden Fall vorbeigekommen ist. Es wird dazu außerdem noch mal einen Recap-Stream zusammen mit ViviVersum geben. Das heißt, falls du auf jeden Fall Bock hast, wir werden auf jeden Fall nicht krasse Insights besprechen, aber insgesamt unsere Erfahrungen etc., was wir dort alles erlebt haben. Deswegen, falls du auf jeden Fall Bock hast, das Ganze wird am Mittwoch stattfinden und wir werden dazu auch noch mal ein offizielles Stream-Announcement machen. Kommen wir nun zum Next Steps for OME, Medium-Artikel. Und hier wurden noch mal ein paar Sachen beschrieben, was auf jeden Fall für dieses Jahr auf jeden Fall Priority ist. Das Ganze auf jeden Fall hier, Improving accessibility of the token is a priority. Das heißt im Prinzip Exchanges, die dazukommen werden. Das wird auf jeden Fall kommen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, von den Sachen, die man auch sozusagen auf der Convention gehört hat, hört sich einfach erstmal alles sehr, sehr positiv an. Sie sind sich den Zyklen bewusst, auch von sozusagen Bier-Market und auch Bullen-Market, sowie auch natürlich der Altcoin-Season-ETC. Dementsprechend mache ich mir da persönlich momentan ziemlich wenig Kopf. Ansonsten reproceding plans around OME to NFT. Das heißt, OME to NFT wird auf jeden Fall hier, schreiben Sie auch, das ist a high priority for us, auf jeden Fall kommen dieses Jahr. Welchen Quartal? Wissen wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich vermute aber im zweiten Quartal, da das erste Quartal wahrscheinlich jetzt auch noch ziemlich voll sein wird und wahrscheinlich eher, so wie wir das jetzt auch gesehen haben, mit dem MCP Redeeming, dass darauf jetzt erstmal der Fokus gelegt wird und dann in Q2 auf jeden Fall OME to NFT kommen wird, was dann auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend sein wird. Denn wenn natürlich Leute OME kaufen müssen, um sozusagen auch ein NFT zu kaufen, natürlich gibt es auch noch den Gem-Weg, dann ist das aber natürlich extrem cool, da die OME ja dann im Prinzip geburned werden und aus dem Circulation Supply direkt sozusagen rausgezogen werden, was extrem cool ist und auf jeden Fall auch den Token dementsprechend damit deflationär macht. Ansonsten steht hier ziemlich wenig noch Wichtiges drinne. Es ist insgesamt auf jeden Fall ja zu OME ja nicht so viel gesagt worden auf der Convention selber, jedenfalls offiziell nicht. Ansonsten unter der Hand kann man natürlich immer zwischen den Zeilen lesen und das natürlich so oder so interpretieren. Ich muss aber sagen, zum Thema OME bin ich persönlich relativ positiv, nichtsdestotrotz, dass wir hier auf jeden Fall momentan ja neu slow gehintet haben, sogar kurzzeitig, was wahrscheinlich aber eher psychologisch ist, als hier irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass wir noch weiter nach unten gehen. Dementsprechend, ich bin momentan sehr, sehr positiv, werde auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen nochmal nachkaufen und dann auf jeden Fall meine Bags holen und dann schauen wir mal, wo der Weg dieses Jahr so hingeht. Kommen wir nun zu Comics & Crypto und dort gab es ja ein Announcement mit Vivi, denn sie haben es wohl geschafft, dass jetzt hier auch bei CGC bald das möglich sein wird, im Prinzip hier einen eigenen Banner zu haben und zwar nämlich mit dem Vivi Herz, was hier finde ich auf jeden Fall eine coole Aktion ist. Es ist zwar nicht meiner Meinung nach ein großes Announcement, es ist wahrscheinlich Interpretationssache, für sie ist es vielleicht eine große Sache, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, wo das Ganze hingeht, auch ins Thema Physische erscheint es dann wohl ja auch hier auf jeden Fall einen Schritt zu geben und ich denke mir auf jeden Fall nicht, dass das hier wirklich das letzte Comic gewesen sein sollte mit Marvel. Wenn sie hier so etwas rausbringen, wird das definitiv erst der Startschuss sein für weitere physische Comics zusammen mit Marvel. Kommen wir nun zum nächsten Comic-Job und zwar mit Avengers 684. Hier wird der ganze Drop am 1. Februar um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Das Ganze wird hier einmal mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Covern droppen. Unter anderem haben wir hier eine Edition-Size von gerade mal 5000 Stück. Wir haben hier außerdem die First Appearance of Immortal Hulk. Das Ganze mit einem Listenpreis von 7 Gems. Ansonsten natürlich die Verteilung hier auch wie immer und wir haben auf jeden Fall auch noch die Go-Collect-Daten. Das sind aber nicht allzu gute Preise, wenn man sich das Ganze mal anschaut. 9.8 hat aber tatsächlich doch relativ viele Grades und auch sehr viele Sales, was erstmal nicht schlecht ist. Aber nichtsdestotrotz nur ein Preis von gerade mal 85 Gems, was hier nicht wirklich viel ist. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall vielleicht für den einen oder anderen Sammler auf jeden Fall interessant, da wir hier auch ein Scotty Young Bild mit dabei haben an dieser Stelle. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und dementsprechend für den einen oder anderen, wie gesagt, vielleicht interessant. Und das war es an dieser Stelle jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Hat dir das gesamte Video gefallen, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.